Frauenradsport ist vor allem eines, eine Augenweide für die Zuschauer. Und dies vor allem dann, wenn vor der Haustür die Elite dieses Sports an den Start geht. 89 Sportlerinnen aus 21 Nationen starten an diesem 21. Juli die internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen in Altenburg. Die Skatstadt, die auch schon Etappen- und Startort der Deutschland-Tour gewesen ist, präsentiert sich dabei als äußerst radsportbegeistert. Das zeigt sich auch beim Wettbewerb der Etappenstädte. Hier strampeln die Bürger für einen guten Zweck. 186 Kilometer kamen so in Altenburg zusammen. Das Siegergeld soll Fahrradständern auf dem Topfmarkt zugutekommen. Aber die Stars des Tages waren dann doch nicht die Altenburger Radfahrer, sondern vielmehr die internationalen Profidamen, die nur eine vage Vorstellung hatten, was sie in der Skatstadt erwartet. Ich habe die Runde noch gar nicht so gesehen, aber ich denke mal hier die Einfahrt, die Ziel-Einfahrt ist ganz schön kurvig und da muss man aufpassen, dass da keine Stürze entstehen. Und dann, wenn es zum Schlussburt geht, muss man auch sehr aufpassen. Und mit welchem Gefühl geht man heute rein? Was soll erreicht werden am Start der Thüringen-Rundfahrt? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir eine von unseren Mädels da ganz weit nach vorne bringen. Ansonsten denke ich, für die Gesamtwertung wird da heute noch nicht so viel entschieden. Mit etwas Verspätung ging es dann an den Start. In der historischen Altstadt begann damit die 22. Rundfahrt. Seit drei Jahren übrigens finden ausschließlich Rennen um Thüringer Städte statt. 70 Kilometer bekamen so die Sportlerinnen in die Pedale und die Wade. Vier Runden rund um Altenburg und so konnten sich die Radsportbegeisterten im Herzen der Altstadt über drei Zieldurchfahrten freuen. Allerdings gab es schon in der ersten Runde eine Kollision mit fünf Fahrerinnen, von denen zwei ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Trotzdem war zur Zieldurchfahrt die Stimmung auf dem Höhepunkt. Die Holländerin Marianne Voss gewinnt mit einer Stunde und 58 Minuten die erste Etappe der Thüringen-Rundfahrt. Es folgen Emma Johansson aus Schweden und Rasa Lelavite aus Litauen. Dass auch in Thüringen ernstzunehmender Radsport betrieben wird, bewies die Gera Tina Liebig. Sie eroberte gleich am ersten Tag das grüne Bergtrikot der Tourismus GmbH mit dem sinnigen Aufdruck Radfahren am besten in Thüringen. Das ist eine Etappe geschafft. Wie war es in Altenburg? Sehr anstrengend. Wir waren ein bisschen überrascht, wie der Kurs jetzt läuft. Wir wussten es nicht genau mit dem ganzen Pflaster und auch die Ziele anfahren. Das war ziemlich gefährlich, aber für uns letzten Endes sehr erfolgreich. Von daher sind wir sehr glücklich. Dass Radfahren nicht nur sportlich ist, sondern auch Gutes bewirken kann, zeigten Stan Wagner und Dr. Hartmut Schubert. Im Rahmen einer Promotion-Veranstaltung zur Thüringen-Rundfahrt sammelten sie Geld, welches der Jugendarbeit der Johanniter und einem Seniorenparcours zugute kommt. Das ist einfach. Vielen Dank für die Technik.